Wir sind jetzt in Amsterdam gelandet, haben jetzt unseren Fahrer gefunden und jetzt geht's ab ins Hotel. Und ja, ich trage eine Jacke, weil es ist nicht ganz so warm hier in Amsterdam. Die haben glaube ich nur so 17 Grad, es ist bewölkt. Ja, ich musste also wieder meine Mantel auspacken. Die Sonne ist hier draußen und ich spitz jetzt ein bisschen herum. Und ich nehme euch natürlich mit. Und ich nehme euch an den Baum. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt wieder zurück im Hotel. Es war vorher richtig schön, die Sonne hat gescheint und jetzt regnet es. Okay, ich habe mir jetzt gerade Schuhe gekauft. Eine kleine Erinnerung an Amsterdam. Wenn ich schon das erste Mal hier bin, dann muss ich doch etwas mitnehmen oder nicht? Ich habe mich jetzt schnell frisch gemacht und ja, jetzt geht es ab zum Dinner gemeinsam mit Philipp. Bis zum nächsten Mal. 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 Der gestrige Abend war relativ lang, aber es war sehr schön und jetzt wieder mal gefrühstückt im Hotel. So, go. On the top. I will brush the hair through and I will do the same. Underneath the hair like this. There you go. So, as you can see, you don't need to be very clean with sections. Aber was auch noch? Ich weiß, dass sie nicht mehr tun können. Es ist einfach nur so. Ich kann es nicht mehr aufhören. Ich kann es nicht mehr aufhören. Ich kann es nicht mehr aufhören. Das ist es. Das ist es. Es ist es. Ja. So we are in the next room. So we ain't sipping late, no.